Ein weiterer Soul-Klassiker aus 1969 ist der Song I heard it through the grapevine von Marvin Gaye. Diese Redensart kann man übersetzen mit Ich habe gerüchteweise erfahren. Und darum ging es in diesem Song. Der gute Marvin wurde offensichtlich von seiner Geliebten betrogen und in die Wüste geschickt. Das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Hören Sie diesen großen Song der 60er hier und heute wiederum gesungen von Sarah mit Unterstützung des Chores. 69 Hi! Sehr gerne! Hat mir Spaß gemacht! Kannst du lesen? Kannst du lesen? Hat mir Spaß gemacht heute? Oh, I met you wondering how I knew About your plans to meet me Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020